da sind wir wieder zurück bei soma das soma oder soma na soma nicht das ist so viele m egal weiter geht's tür auf und überall ist der schleim und dieses sieht aus wie elektrische sachen aber sieht aus auch wie gewachsen das ist denn es was don't touch the structure in fact to collect berühren in effekt auf der europäische hier sonst nichts sie gegen die aus wie ziemlich am aus und strom jetzt umgebracht manuelle boot sequenz ja und ich kann nichts tun so viel zu manuell ich muss hier was drücken ist das ein klickrätsel das geht nicht hier nein hä hä ich weiß nicht was ich tun soll ja wunderbar wunderbar die christlichkeit ist drin Turbinen gehen an 3600 umdrehen die minute online türen aufschließen hol das was hier los ok ich habe die stadt zu nehmen mit strom versorgt hier ich habe Was ist denn hier? Absalon, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach hier gewohnt. Und in der Raum? Es war wie ein Seat mit einem Helmet. Ist das richtig? Was ist dein Name? Ich bin Simon Jarrett. Und was hast du... Wo bist du jetzt? Es ist ein Ort, um mit elektrischen Kraft. Ich bin nicht sicher, ob es ein plant oder ein Transformer ist. Ja, du bist wahrscheinlich in der Flanfläche irgendwo. Du willst nach vorne, nach dem Zentrum. Es ist die Runde mit dem Dome. Hey, look. Dieses Ort ist nicht... Es ist etwas wirklich falsch hier. Hallo? Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Wir haben noch einen Relay. Hör auf dem Zentrum, nach vorne. Ich warte hier. Okay. Ah. Es hängt. Nicht mehr. Ah. Entschließt man bekommen. Deswegen hat es geruckelt. Oh Gott. Ich habe jetzt auch gerne die anderen Städte gelesen. Da bin ich nicht mehr dazugekommen. Muss ich wohl beim Editieren nachlesen, was da alles für Städte waren. Kann ich also erst drüber philosophieren, wenn ich... Falling Hazard. Holy Shit. Das ist tatsächlich Wärmeenergie. Kann ich also... Ich muss es leiser drehen. Kann ich also erst drüber philosophieren, wenn ich es gelesen habe. Was haben wir hier? Mhm. Da sagt mir gar nichts was. Ich weiß nur, dass ich in der Upsilon Station bin. Und jede Station ist woanders. Toronto ist Ypsilon. Meint ihr? Woah. Woah. Damit habe ich noch nicht gerechnet, aber okay. Könnte eine Taschenlampe immer noch gebrauchen. Kann man hier irgendwas tun. Nein. Es ist gelockt. Woah, 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 woah. Nee, du kommst hier hochgelaufen. Ach komm schon. Renn! Renn! Nein! 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 Steh auf! Steh auf! Oh mein Gott! Renn! Renn! Okay, ich glaube es läuft wieder weg. Doch nicht, es bleibt hier. Was ist das denn? Also egal, es ist so komisch ein Roboter. Kruselig an sich ist es nicht. Ich habe nur Angst, dass es mich tötet. Ja, nicht umdrehen. Hier hinten ist auf jeden Fall nichts. Das habe ich schon mal gut nachgeguckt. Hinten wollte ich hier nochmal nachgucken. Es rennt. Wo rennt sie denn hin? Kann ich den hören? Er sieht irgendwie siltsam aus. Eine Tür? Nein. Das heißt, ich muss da hinten, hinten, dort wo es hergekommen ist. Lang. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich kann aber hier noch höher gehen. Also ich kann entweder da lang gehen, wo es hergekommen ist, oder... Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Da wo es hergekommen ist, oder ich gehe nach oben. Ich glaube nicht, dass die Treppen laufen können. Geh jetzt mal hier lang. So. Wieso auch immer ich das machen sollte. Okay. Hier kommt es vielleicht her. Okay. Hier ist gar nichts. Hier kommt es nur her. Hier kommt es von da oder von dem anderen Ding? Ich glaube eher von da, dort wo es so... Bäh ist. Fuck. Oh, der Sound ist echt gut. Ich muss jetzt echt mit Kopfhörern angucken und jetzt... Oh fuck. Und euch den Stereo Scheiß reinziehen. Hä? Wo ist das denn? Da ist es. Okay. Kann ich da was tun an dem Tempel? Nein. Okay. Geh hoch jetzt. Mach endlich. Kann hier was tun. Ah, die Tür aufmachen. Gut. Ah! Soll ich verarschen? Zu ernst? Oh. Oh. Ist da ein Terminal? Oh nooo. Oh fuck. Das sieht es mich nicht. Holy shit. Das geht doch um die Treppen hoch. Nein. Jetzt bin ich tot. Gut. Ich weiß. Und wann ist der letzte neue Versuch, äh, Entstieg, Dingens, Bummens? Oh, hier? Wirklich? Oh man. Na gut, dann weiß ich jetzt auch schon, was ich tun muss. Woah. Holy shit. Holy shit. Ich hoffe es hat gereicht. Ah. Ah. Jetzt freaks ab. Ah. Boah, ist mir nachgelaufen und runtergesprungen. Das Ding geht ja überall hinterher. Oh shit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Drehen jetzt irgendwas erreicht habe. Ich muss jetzt gleich nochmal nicht mal vorbeischleichen. Und witz, sieht ein bisschen aus wie ein wild gewordener Companion Cube. Und die werden irgendwelcheны wollen. Nicht herauszufinden. Hindi nur nach vorne nach vorne. Let's rief. Be kho total voll. Das wurde versinelendi than 4. Aber so zusammen kommt noch. Ja alles wirklich. purchased hierher mit auch eine Eiste. Auch die zus awesome. Nein, ihr frieden. Oh man. Ich hoffe echt, dass es gerade das gebracht hat, was ich da verkauft habe. Jetzt aber hier schnell. Oh, der läuft langsam die Treppen hoch, wenn ich geduckt bin. Hat es, hat es, hat es? Ja, hat es. Okay, jetzt kommt es mir jetzt mal hier hoch. Kann ich hier die Tür zumachen? Ich frage mich, ob es mehrere von denen gibt oder ob es immer das gleiche ist. Oh. Oh. Ah, nicht alle Maschinen sind böse scheinbar. Gehen wir erstmal nach hinten und gucken, was da so los ist. Okay, hier ist... Da hinten sieht was Gutes, sieht nach was Gutem aus. Jetzt hier. ID. Und dann? Oh no. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube da, was ist. Wunderbar, ich habe nicht gleich eine Ahnung. Ich muss irgendwo eine ID finden. Ah, vielleicht steht das hier hier irgendwo... Oh. 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 Ja, hier. Genau hier. Ich bin hier. Die Treppe hochgegangen. Die Treppe hochgegangen. Nach hier. Und da gibt es die Treppe zum... Die Treppe hier geht zur Kommunikation. Okay. Gucken wir erstmal mal an, was die hier gibt. Nichts. Es ist... Irgendein Comic. Oh. Niedriges Ding da links unten. Irgendein Sketchbook. Achter, was geht hier ab? Kann ich da lang gucken? Nein, kann ich nicht. Explore. Oh, da kann ich rein. Kann ich da drüber? Kann ich rein hüpfen, wenn ich wollte? Kann ich auch lang. Hier kann ich auch rein. Ja, was ist mir hier passiert? Soll ich mal runter gehen? Ich geh mal runter und guck, was er mit zu berichten hat. Was ist hier passiert? Was bist du? Was bist du blind? Es ist mir. Karl. Karl Semken. Wrangler. Kannst du dich kennenlernen? Ich... Nein, eigentlich. Danke für dich so helfen. Es ist nicht so, dass ich mich auf den Boden oder was. bist du... Mensch? Sch... Hast du mein Körper die weggebracht? Ich versuchte mich zu sagen. Ja, ich bin Mensch. Bist du? Mein Name ist Simon. Kennst du etwas über diesen Ort? Oh, du kennst. Das macht uns etwas weniger wunderschön. Schau. Ich bin natürlich verletzt. Wenn du jemanden im Gegensatz zu sehen, sagst ihnen, woher ich bin. Also... woher bist du, genau? Bist du wirklich? Ich bin hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin auf meine Hände. Hey! Okay! Okay! Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht gesehen. Ich sehe eine Maschine. Ein Roboter. Was bist du hier? Ich bin hier! See? Okay! Ich bin einfach nicht erwartet, dass du so aussehen bist. Du bist wirklich auf die Appearance. Wie hast du dich verletzt? Ich bin nicht sicher. Blacked out ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Was hast du dann? Ich war in der Piloten, um ein U.H. U.H.? Ein Universal Helper. Ein Roboter, wie diese Sachen, aber leichter. Ich weiß nicht, ich war einfach mit einigen Heatsheils, und... das war meine letzte Klee-Memorie. Du war remote-controlliert ein Roboter. Wir machen das immer. Roboter sind zu weit weg, um ein paar Dinge zu tun. Intuition wird nicht auf Motherboys, wie du? Ich weiß nicht, wie du in der Roboter bist. Du bist in der Roboter, Dein Kopf ist ziemlich weit entfernt, aber... ziemlich weit entfernt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass du in der Roboter bist. Ich sage dir, mach deine Augen auf. Ich bin hier. Ich sehe beide meine Hände, beide meine Füße. Wenn du remote bist, alles du siehst, ist wie ein Video-Feed von der Helper-Unit. Dein eigenes Körper ist völlig aus dem Bild. Ich bin wirklich schmerzt hier. Go get some help. If you see any of this, just let them know where I am. I'm really hurting here. Go get some help. Was ist denn hier los? Die glauben, sie wären Menschen. What? 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 What the fuck was that? What the fuck was that? I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. Won't a mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny. Get me a medic. Ich habe... Ich glaube, sie werden Menschen. Das ist ziemlich...